Circa 20 bis 30 Millionen Menschen in Deutschland sind von Bluthochdruck betroffen. Nur circa 40% davon haben Symptome, aber trotzdem werden ungefähr 50% der erwachsenen Personen in Deutschland irgendwann an den Spätfolgen von Bluthochdruck sterben. Viele nehmen dann, wenn sie einen Bluthochdruck diagnostiziert kriegen, einfach Tabletten, um den Blutdruck zu senken. Diese haben allerdings sehr viele Nebenwirkungen und ändern ja nichts daran, warum eben der Bluthochdruck entstanden ist, wodurch der Bluthochdruck eben dann wieder weiter steigt und man wieder mehr Tabletten braucht, wodurch man wieder mehr Nebenwirkungen hat. Dabei ist ein festgestellter Bluthochdruck eben keine Tatsache, die man nicht mehr ändern kann, ganz im Gegenteil sogar. Mit ein paar kleinen Umstellungen im Lebensstil kann man sogar sehr schnelle Verbesserungen erzielen. Aber was muss sich denn eben ändern, um meinen Blutdruck eben dauerhaft zu senken? Die Antwort gibt es in diesem Video, also let's go! Bisher gab es ja auf meinem Kanal eher Videos so zum Abnehmen, Sport, Fitness oder eben auch zum Zunehmen. Aber der Kanal heißt eben nicht umsonst Josef Dallinger Gesund und Fit. Denn so Themen wie Bluthochdruck oder andere Volkskrankheiten interessieren mich eben schon länger. Und das Ganze hängt ja auch sehr stark mit Sport und Ernährung eben zusammen. Und was ich damit meine, werdet ihr dann auch später sehen. Wenn euch noch mehr solche Themen interessieren oder wenn sie genau Bescheid wissen wollt über andere Krankheit oder ähnliches, dann lasst es mich doch gerne mit einem Like und einem Kommentar wissen. Und abonniert doch gerne auch den Kanal, um eben nichts mehr zu verpassen. Falls du dich jetzt aber fragst, was die Ursachen sind und warum ausgerechnet du Bluthochdruck hast, ist es meistens ein Zusammenspiel aus Veranlagungen und anderen Risikofaktoren. Wer also in der Familie schon mehrere Fälle von Bluthochdruck hat und deswegen denkt, dass er eine schlechte Veranlagung dafür hat, sollte die anderen Risikofaktoren wie Übergewicht, Stress, Rauchen, Alkohol und übermäßigen Salzkonsum so gut es geht meinen. Die Folgen sind aber eigentlich immer die gleichen und zwar der Druck steigt in den Adern und das kann man sich dann bildlich wie bei Gartenschlau vorstellen, der permanent zu hohen Druck hat. Irgendwann entstehen dann Risse und er platzt oder es entstehen eben andere Probleme. Wie schon gesagt, nicht jeder hat Symptome, nur ca. 40%, aber wenn schon in deiner Familie eine Tendenz vorherrscht, solltest du auf diese Symptome hier achten, denn sie deuten auf einen Bluthochdruck hin. Und auch wenn du keine Symptome hast, solltest du dich spätestens ab 30 Jahren regelmäßig darauf untersuchen lassen. Denn zu den Folgen gehören eben nicht nur die Volkskrankheiten wie Herzinfarkt und Schlaganfall, sondern das Herz braucht auch mehr Kraft, um wegen dem höheren Druck das Blut durch die Adern zu pumpen. Dadurch entstehen eben so Probleme wie Atemnot oder der Körper wird eben nicht so gut mit Sauerstoff versorgt und im Endeffekt dann eben eine Herzmuskelschwäche. Aber auch durch Blutungsstörungen und damit eben Beschädigungen an wichtigen Organen wie Augen oder Nieren können entstehen, wodurch man eine Sehschwäche oder eben eine Nierenschwäche entwickelt und eben noch anderen weiteren Gefäßschädigungen, die eben den Bluthochdruck dann wieder begünstigen. Denn wenn ein Gefäß von innen beschädigt wird, laugert sich auf Plagg, auch bekannt als Arteriosklerose, an den Gefäßinnenwänden ab, wodurch sie versteift werden und sich der Blutdruck eben nochmal erhöht. Das hört sich ja alles nicht so gut an, aber was kann ich jetzt wirklich machen, um den Blutdruck ohne Medikamente eben zu senken? Und dabei ist immer der erste Schritt, dass man eben ehrlich mit sich selbst ist und sich eingesteht, dass der Bluthochdruck eine Folge von jahrelangen Angewohnheiten und eben dem Lebensstil ist. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Vielleicht war es einem früher nicht so wichtig oder andere Dinge eben wichtiger. Ja, aber jetzt ist es eben das Wichtigste, sich selber einzugestehen, dass man etwas ändern muss. Die drei Säulen dabei sind eben Bewegung, Ernährung und eben den Stress abzubauen. Und am allerwichtigsten ist dabei erst einmal wirklich abzunehmen, denn jedes Kilo weniger senkt nachweislich den Blutdruck. Vor allem das viszerale Bauchfett, also das Fett am Bauch ist dabei gefährlich, denn das produziert eben Hormone, die den Blutdruck eben noch einmal steigern. Und um das jetzt Kreislaufsystem dann eben zu stärken, sollte man auch drei bis vier Mal die Woche Ausdauerspart machen, was auch dann beim Abnehmen helfen kann. Am besten man startet eben mit leichten Spaziergängen und steigert sich dann langsam zu solchen Sportarten wie Walken, Radfahren oder eben Schwimmen. Bei der Ernährung sollte man darauf achten, Salz so gut es geht meiden, denn Salz sendet eben Wasser auch in den Adern und dadurch steigt der Druck in den Adern eben noch einmal. Am besten bei jedem Essen hinten auf die Verpackung draufschauen, wie viel Salz enthalten ist, so gut es geht frisch kochen und so wenig verarbeitete Lebensmittel wie möglich. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse, Obst, Fisch und mageren Fleisch hilft dabei den Blutdruck auszugleichen. Fettiges Fleisch, Wurst, zu viel Zucker, Fastfood und frittiertes und gepökeltes oder geräuchertes solltest du eher meiden. Dafür mehr gerne auch fettigen Fisch, fettarm Joghurt, Haferflocken, Beerenobst, Bananen, Spinat, Mangold, Nüsse und zum Beispiel auch Knoblauch helfen, um den Blutdruck etwas zu senken. Vielleicht sagt ihr das Stichwort mediterrane Küche oder auch Mittelmeer-Diät genannt etwas oder du informierst dich einfach darüber im Internet. Denn diese Ernährungsform hat eben einen positiven Effekt auf unseren Blutdruck und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne auf meiner Instagram-Seite vorbeischauen. Da gibt es auch viele Rezepte, die eben auch dazu beitragen, dass der Blutdruck niedriger wird. Ebenfalls solltest du natürlich andere Risikofaktoren, eben wie das Raupen oder übermäßigen Alkoholkonsum, so gut es geht, meiden. Und oft unterschätzt aber eine der wirkungsvollsten Maßnahmen ist, eben den Stress abzubauen. Am besten wirklich bewusst einmal darauf achten, in welchen Situationen im Alltag man wirklich Stress ausgesetzt ist und diese dann so gut es geht meiden oder eben Methoden dafür finden, um mit dem Stress besser umzugehen. Einfach mal in sich selbst gehen, etwas durchatmen und darüber nachdenken, ob es den Stress jetzt wirklich wert ist oder eben meditieren oder andere Sachen, um eben Stress abzubauen. Wenn ihr das Ganze dann wirklich so umsetzen könnt, dann habt ihr eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr euren Blutdruck sogar komplett los werdet und dann eben keine Medikamente mit der Zeit nehmen müsst. Aber macht das Ganze nie ohne Absprache mit dem Arzt, setzt nie selber Medikamente ab, sondern fangt eben mit den Umstellungen gemeinsam mit den Medikamenten an und lasst dann von euren Arzt euren Blutdruck nach und nach immer wieder untersuchen und der sagt euch dann, wann ihr Medikamente absetzen könnt. So und das war es auch schon wieder mit dem Video für heute. Wie gesagt, wenn euch solche Themen interessieren, wenn euch das gefällt, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, schaut es auf meine Instagram-Seiten vorbei und dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal. Peace out.